Das war wirklich der dümmste Tod, den ich jemals hatte. Da Warzone Solo zu viel Spaß macht, wie mit Anlauf gegen eine Wand zu rennen, dachte ich mir, ich treib das Ganze nochmal auf die Spitze. Ich wollte eine Runde gewinnen, nur mit Messer und Shit. Diese Runde ähnelte eher einem Hype-Marathon, um meinen Loadout zu bekommen. Der erste Shop wurde von Ghost abgekippt. Merkt euch den Namen, der wird noch wichtig. Als ich dann endlich den Loadout hatte, hatte ich, was jeder in Solos tut. Ich hockte mich in irgendein Haus und wachete, bis die Endzone kommt. Als plötzlich ein alter Bekannter in Speak of the Snow. Okay, der Ghost ist hier irgendwo der Nähe. Den ich erstmal mit meinen Native-Englisch-Kenntnissen in die Schranken wies. Hey Ghost, can you please pick your microphone? Doch, dann passierte das. No! Bro, pick your game, bro. Pick your game, what's up? Nein!